Ihre Sicherheit. Überall und rund um die Uhr. Das ist unser Anspruch. Protector Society. Ah, unsere neue Controller. Das sind sie ja. Wir haben sie bereits erwartet. Johanna Berger, entschuldigen Sie die Verspätung. Hinter mir im NPC treffen gerade die ersten Mitglieder einer Expertenkommission ein. Sie informieren sich schon heute über einen der wichtigsten Tagespunkte des Sicherheitsgipfels, den Einsatz von Gehirnscannern. Dieses Bild ist der Fingerabdruck des Bösen. Wir haben nun einen Weg gefunden, ihn zu identifizieren. Mit unserem Brainscan. Aber wenn Sie falsch liegen, dann werden Menschen eingesperrt, die nichts getan haben. Unschuldige. Damit stellen Sie unser gesamtes Rechtssystem auf den Kopf. Ich habe ihn. Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um ein geheimes Experiment. Schauen Sie in das Ertrännis des NPCs. In den Alpha-Ordner. Sie beobachten uns. Überall. Deshalb müssen wir sie zur Rechenschaft ziehen. Wasser runter, verdammt! Sie beobachten uns. Überall. Deshalb müssen wir sie zur Rechenschaft ziehen. Ist mein Leben dann auch in Gefahr? Boah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020